Es war ein cooler Mädelsabend und das... Noch ein Land zum Verbreiten meiner Legende. Oh ja, lasst uns die Legende verbreiten. Der durchbrochene Wal. Das ist voll geil hier eigentlich. Ähm, halt, stopp, holen möchte ich. Ach da, okay. Das ist ja eigentlich für 014. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Oh. Okay, ich mach ja was. Ist okay. Verlassen. Okay. Ähm, oh. Gruppenevent ermordet. Wo ist das Gruppenevent? Ich will das Gruppenevent machen. Er mordet. Sag mir nicht, dass es jetzt da oben. Sag mir nicht, dass es da oben. Sag mir nicht, da ist er. Jawohl. Komm her. Ich kniete dich jetzt um. Oh. Teleportiert sich. Es ist wie mit dem einen Boss, den ich machen wollte. Und dann gesagt habe, ich kite den einfach. Und dann so, oh, das könnte länger dauern. Juki. Hey, ein wenig Privatverracht hast du dir auch verdient, Isa. Vielen Dank, vielen Dank. Immerhin. Privatverracht bei den ganzen Twitter und Fächern. Junk, nie kannst du vergessen. Der Zug ist abgefahren. Man muss nicht alles sehen, warum nicht? Die Menschheit. Wir sind erst frei, wenn alle zwar verschwunden sind. Nein. Der Krieg um die Unabhängigkeit Askalons ist noch nicht vorbei. Andere werden kommen. Warum gibt es überhaupt die Separatisten, frage ich mich gerade. Warte, hier ist noch ein Aussichtpunkt. Ich möchte erst in Asch... Ich laufe immer an allem vorbei. Oh, richtig viele Beute gemacht. Oh, ich habe ein leeres Inventar. Wie schön. Wie schön. Ach, du heilige Kacke. Wie kommt man denn da... Wer soll leiden? Komm mit. Okay. Ich folge... Es ist ja nicht so, als würde ich ihm nicht die ganze Zeit folgen. Ich bin ein bisschen froh, glaube ich, dass er mich auch die ganze Zeit begleitet, weil sonst würde ich die ganze Zeit... Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Äh, helft. Was? Helft, tragt Todesmädel, das Steinfallanwesen instand zu halten. Schützt. Vieh vor Separatisten. Bringt Hühner zurück zum Steinfallanwesen, füttert hungrige Kühe und führt leere Wassertrüge auf. Oh. Wo ist denn das Herz? Ach, das ist da oben. Ach, da müssen wir eh gleich noch hin. Ach, cool. Schuh taufen. Manchmal möchte man sich auch nicht durchlesen. Oh, obacht. Oh, wen hab ich denn jetzt? Ähm. Okay. Er ist leider gerade runtergefallen. Brief. Ich dachte, er wäre Brief. Separatisten gegen die Zusammenarbeit mit den Chars. Ach so, weil es wahrscheinlich eine andere Rasse ist und es ist so ein rassistischer Grund. Ja, ja, ja. Natürlich. Das solltest du auch sonst sein. Hör mal auf. Ups. Was ist das für eine grüne Bubble? Ich bin zu weit gekommen, um noch umzukennen. Jeder springt mich meinem Ziel näher. Okay. Ach, da bist du schon. Ach. Ach, du Scheiße, ey. Obacht, was war das? Einfach so ein Special-Effekt. Ich finde das so cool, dass es wirklich mal zu spät ist. Weil in so vielen MMOs sind einfach... Brauchst du... Hat es nie Sinn gemacht, irgendwie auf solche Sachen hochzuklettern. Einfach nur Spaß... Das war dann immer nur Spaß, aber um zu gucken, was so passiert. Aber hier musst du wirklich mal sowas machen. Das ist mega nice. Die Straße tat sich da vorne. Doch ich bin vorbereitet. Nach Osten muss ich. Das ist Christmas. Oh, Replay! Es geht setz zu Level 1. Und ich sehe schon, Isa hat einen Scout dabei. Und Bodyguard in einem. Yep. Ähm. Ich muss da rüberkommen, ne? Wow, I did it. Ja, allerdings. Der begleitet mich auch schon, seit ich heute Morgen angefangen habe zu streamen. mit diversen seiner Charaktere. Wie viele Charaktere hast du eigentlich? Oh mein Gott. Boah. Das sind die krassesten Sprünge gerade einfach. Boah. Und jetzt? Ein paar. Okay. Aber wo da ist noch ein Brief? Den möchte ich lesen. Ich bin beinahe dort. Ich fühle es, aber einfach war es nicht. Die Geister, die hier sind stark. Schnell. Oh, ich sehe... Oh, hier ist der Heldenpunkt auch noch. Ach, krass. Weeps. Hä? Hä? Ach so. La. Ist man so, hä? Was macht er? Wo ist er jetzt verschwunden? Oh. Weißt du, die einfachen Sprünge verkacke ich. Oh. So. Kommunizieren. Aber das ist noch ein Brief. Ich möchte, glaube ich, erst einen Brief lesen. Ich bin da. Endlich habe ich es gefunden. Jetzt kann ich das Wissen an die Abtei weitergeben. Er hat es irgendwie nicht mehr so geschafft, ne? Schade. So viele ihr Leben im Feindfeuer verloren und dennoch finden sie keine Ruhe. Dieser Wall, ein Zeugnis der Macht Ascalons, liegt in den Trümmern erfüllt von der Energien, die das Leid Rabathausener hinterließ. Ähm, Ascalon ist die Gesamtwelt von Guild Wars, oder? So, und jetzt muss ich hier rüber und dann können wir das machen. So, also, mich hat das bei Guild Wars 2 eher abgeschreckt. Ich finde das cool. Seltsam, als ich dir angeboten habe, dir zu helfen, sagtest du Nein und jetzt lässt du dir helfen. Ja, sie hasst mich. Tue ich gar nicht. Aber dieser Mensch, ich habe niemanden verboten. Ich habe immer gesagt, die Leute können sich gerne an mich ranhängen. Ach, Ascalon ist das Chagobeet. Okay, die Leute können sich wirklich gerne ranhängen. Es ist nur so, dass ich nicht irgendwie durchgezogen werden möchte. Und er zieht mich nicht durch, weil ich mache die ganze Sache trotzdem noch für mich. Und das meinte ich eigentlich damit. Und mich kann wirklich jemand begleiten. Und eben, aua, voll ins Gesicht gefallen. Richtig ins Gesicht gefallen, einfach. So, wo muss ich denn? Ach, hier ist noch ein Herzchen. Da. Juhu! Heldenpunkte. Acht Stück. Was wär's? Ich muss eine Axt nehmen? Hä? Wildheit. 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 Humpelns? Gift? Schwäche. Humpeln. Ich finde Humpeln nämlich extrem nervig. Deswegen möchte ich andere Leute auch nerven. Wenn ich mit einer Axt spielen würde, richtig. Was ich nicht tue. Okay, der ist ein bisschen eskaliert, der Mensch. Wieso hat der... Wie cool. Wieso hat der sowas? Ich will sowas auch haben. Gib mir das her. Ich will mich auch nehmen. Ich glaube, du weißt die ganze Zeit gar nicht, wer ich bin. Das stimmt, weil ich die ganzen Leute wirklich nicht zuordnen kann. Wie heißt du denn auf YouTube? Alter, wirklich dein Ernst jetzt? Ich hab mein Bestes gegeben. Ist das der André? Ich hab das vermutet, dass das der André ist, wenn es der André ist. Wow, ich hab einen Huhn in der Hand. Warum hab ich einen Huhn in der Hand? Jetzt bist du... Warum hab ich einen Huhn in der Hand? Nein, aber tatsächlich hab ich mir das schon eine ganz... Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass das André ist. Von daher. Ich hab einen Huhn in der Hand. Geil. Komm her, Hühnchen. Meine sind größer, wenn man sie trägt. Die Welt heißt Tyria. Ah ja, stimmt. Tyria heißt das. Stimmt, stimmt, stimmt. Danke dafür. Weil du immer bist. Klau ihm den Teppich. Ja, ich hätte ihm wirklich den Teppich klauen sollen. Tja, aber der André, der hilft mir auch immer sehr, sehr gut tatsächlich bei Guild Wars. Und man muss tatsächlich auch sagen, ich glaube, er war ein bisschen traurig gestern, als er gesehen hat, es kamen keine Folgen mehr. Ich bin immer, immer. Das ist richtig. Northern Lux. Die Frau ist riesig. 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 Wieso sind wir so groß? Ich bin immer doch schon so klein. Nein, das ist ein Kanächen. Kann ich nicht auch ein Kanächen mit reinnehmen? Da ist ein Huhn. Das funktioniert wirklich schlecht. Ich hab's über einen Zaun geschmissen. Habt ihr's gesehen? Ja, ich war traurig. Aber so ist es doch viel cooler im Stream. Oh, Dorunofly. Gezettet für Level 1. So, jetzt frühstücke ich zwei Packungen Nudelsuppe. Boah, gibt mir halt so eine Instant Nudelsuppe. Ich hab echt mega Bock jetzt drauf. Oder ich mach mir gleich Raviolis. Oh, oh, oh mein Gott. Raviolis incoming. Aua. Das war gemein. Das war gemein. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch... Das ist ja auch das Schlimme bei League of Legends. Weil dann heißen die Leute anders, als sie im Stream heißen. Dann ändern sie ihren Namen plötzlich wieder. Und dann sitzt man da und so denkt so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist der Helle? Was ist der Helle? Warum? Okay, lasst uns die Kühe deffen. Ich möchte Kühe deffen. Definitiv. Hey, hey, hey. Me Lady, ne? Jemanden hinterrückst zu erschießen. Das mach ich wohl im CSGO. Kitzelt. Raviolis, der kamen wir schon doch schon im letzten Mal. Ja, es gibt doch diese Notfallration, Ravioli. Und ich hab der. Siehste? Und deswegen muss man mir auch einfach verzeihen, dass ich das nicht mehr so auf YouTube zeige. Also die ganzen Sachen, was wir hier machen, das kommt natürlich auf YouTube. So ist es nicht. Die laufen aber nur von der einen Seite gerade an, oder? Sieht so aus. So. Wir lesen. Ihr habt die diebischen Separatisten ja ganz schön den Marsch geblasen. Prima gemacht. Die Dunklen künftig zweimal nach... Was? Die Denkens künftig zweimal nach, bevor sie auf meinem Hochwachs klauen. Schaut ihr das halt wieder vorbei. Sehr gerne. Ich glaube nochmal mit einem anderen Charakter. Okay. Ich defle das dann. Nein, da hinten sind auch welche. Ähm. Malzelt. Speedy. Auch dir. Congratulations zu Level 1. Hm. Sind eh besser. Auch wenn ich meistens die Elfe verpasse. Ähm. Ja. Ne? Sagen wir nicht zu. Wow. Das war's. Schon. Sehr schön. Okay. Ähm. Also ich mach es leicht. Ich habe überall denselben Namen, den ich bin. Der Stall. Härter als ein Fels. Ja, das stimmt. Da bin ich ja auch sehr dankbar darum, dass man dich einfach wiedererkennt. Level 1. Ich bin hohe Level gewohnt. Und ja, dann halte ich mal ran. Dann halte ich mal ran. Mein Lieber. Tschü, tschü. Justin, wo ist mein Essen? Wo ist mein Essen? Gib mir Essen. Nein, tut nicht den Schad. Tut dir, du blöder Separatist. Ähm. Letztens sind eh besser. Rabios. Ja, da kann man wirklich selbst nicht drauf. Und du, Runo, warum diese Fragezeichen? Wenn du eine Frage hast, musst du sie ein bisschen expliziter stellen. Jeder Verbündete der Charme ist ein Feind der Menschheit. Oh, du musst ausruhen. Alles klar. Alles klar. Oh nein. Der arme Bauer. Wow. Was ist das? Hau ab. Oh, das geht nicht. Okay. Aus sieh. Wir heilen wie ein Wesen. Mich bringt nichts. Ich gehe einfach mal in diesen Wirkungsbereich und hoffe, es funktioniert. Ich weiß, was ist das? Regeneriert. Sehmes funktioniert. Ach, cool. Ich habe voll einen schönen Bogen. Und ich habe nur so einen Puppelholzbogen. Ähm. Dein Essen war sehr lecker. Das habe ich erst mal gegessen. Erst frei, wenn alle Charme gefunden sind. Oh, jetzt habe ich... Ups, das hat niemand gesehen. Ähm. Ich habe doch nichts gesagt von gefüttert werden. Das Video, der Schlinge guckt meinen Host an. Dödö. Du hast ja auch deinen freien Tag heute mal endlich. Ich verschwinde hier. Solltest du auch besser. Oh, eine Metallstange. Wie schön. Okay, dann gibt es Nahrungsvorräte. Lasst uns Essen zerstören, anstatt es selbst mitzunehmen. Gut. Ähm. In welche Richtung? In diese Richtung. Ihr wurdet... Was? Was? Wessen Gilde ist das? André, ist das deine? Ist es deine? Wessen Gilde ist das? Hilfe. 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 Nein. Ignorieren. Okay. Panik. Panik. Ich will irgendwie keine Gilde. Gründer Lederbeute? Was ist denn Gründer Lederbeute? Fünf Plätze. Und der Char ist auch schön. Boah, der hat wirklich ganz schön viele Charaktere. Ich glaube, da liebt jemand Gild Boss sehr. Was soll das? Habe ich dir das erlaubt? Weiß ich nicht. Frei. Ich weiß, du willst gerne Level 3 werden. Dritter werden. Erklärung bitte wegen diesem Level 1. Ich bin nicht so oft hier und schaue zu. Gibt es auch erst seit gestern, witzigerweise. Du kannst bei mir quasi im Chat mitleveln. Und dadurch erkenne ich eben, wie aktiv die Leute an sich so sind. Und wie oft die zugucken und blablabla. Deswegen. Das hat ein paar Vorteile für mich. Und ihr könnt einfach ein bisschen fighten. Oder so. Nein. Oh mein Gott. Jetzt sind wir wieder in diesem verdammten Skelleke-Bereich. Wo der... Ne. Jetzt warten wir aber nicht auf X. Der ist mir zu langsam. Gute Arbeit. Ich renne gerade querfällt ein, weil ich mit einer Hand nur spiele. Und ich überlege gerade, wohin muss ich. Ähm. Muss ich da hoch? Ich überlege gerade, ob ich zu dieser Wegmarke gehe. Ich weiß es nicht. Andre. Sag mal bitte was. Andre. Wird euch schlecht davon. Wie sehr reagiert. Maski, wenn du willst, nehme ich dich in die Gilde, wo ich drin bin. Die Chefin ist nett und organise alles mögliche, was du möchtest. Ich tatsächlich habe ich eigentlich, weil mir schreiben auch ein paar Leute. Ähm. Beziehungsweise es gibt so eine Gilde, wo ich glaube ich eher momentan ein Auge drauf gelegt habe, weil ich mit denen auch quasi über YouTube irgendwie die kennengelernt habe. Deswegen wollte ich mal gucken, wie das dann bei denen erstmal ist, denke ich. Wie komme ich denn da hin? Warte, ist hier noch nicht eine Lücke? Warte, war da nicht... Ist hier noch nicht eine Höhle? Ein Stopp. Habe ich was entdeckt? Ah, ein neuer Horizont. Oh. Oh, eine Feuerraupe. Wie schön. Ich kann auch in mehrere Gilden. Jetzt wird das Spiel aber überfordernd. Aber warte, das überfordert mich schon die ganze Zeit. Ich mache keine Gilde. Weil ganz ehrlich... Achso, das ist er. Ne, also eine Gilde werde ich niemals aufmachen tatsächlich, weil ich einfach denke, ähm... Das ist so viel Arbeit und ich möchte den Leuten das auch nicht versauen an sich. Wo geht es gerade hier lang? Also, keine Ahnung. Ich möchte einfach wissen, wo es hier lang geht. Gott, das ist jetzt... Der hat immer so Charaktere, die machen voll die krassen Geräusche. Gehen wir jetzt links oder rechts? Lass mal hier lang gehen. Und ein Bass. Reingehen. Ich trete einfach jeder Gilde bei. Okay, hier ist nichts. Ich wollte einfach nur wissen, was hier ist. Du kannst in fünf oder sechs Gilden reingehen, aber nur eine repräsentieren. Kann man denn umstellen, welche man repräsentiert? Und immer noch die Frage, was ist diese vierzehn hier? Wo habe ich denn jetzt da rausgeballert? Ich glaube schon, ne? Ups. Hoppla. Ich will immer... Ich gehe jetzt einfach... Er macht das schon. Ich will, was hier ist. Ich will hier einfach jetzt wissen, was hier ist. Ich renne hier jetzt einfach mal durch. Das Auge des Stoffens greißen. Hä? Was ist denn hier? Habt ihr gesehen? Das ist mein Werk. Mein Werk. Und nur mein Werk. Der andere macht bestimmt nicht die ganze Zeit die Arbeit. Nein, das bin nur ich. Das ist voll cool hier. Also, hier gibt es nichts an sich nicht mehr, was man aufdecken sollte. Aber ich finde es gerade sehr schön hier. Also, ich gucke es mir gerade einfach mal an. Begleiter Level 14. Begleiter Level 14. Ich bin nur in einer Gilde. Das ist doch blödsinn, so viele Gilden reinzugehen. Zwei, drei Gilden reichen, wenn man eine Bankgilde sich machen will. Oder ähnliches. Wie bestimmt wahrscheinlich. Okay. Dieser Felsen hat das Ganze versperrt. Oh mein Gott. Wow, die Sonne kommt raus. Was ist denn da los? Macht es mir recht. Ach, das ist ein Mitspieler. Dann kann kein blassen Körper. Nee, das ist ihr Sklave. Etwas freiwillig. Hallo, wer hat mich angekettet? Wer war das denn jetzt? Was? Oder wer war das jetzt? Ähm. Schön. Okay. Das war eine sehr interessante Reisetour. Guck. Au. Das sind verdammten Hyänen immer. So, wo ist das unbekannte Gebiet? Wo ist das denn? Was ist das? Events in der Nähe. Wo ist denn das? Ich wäre aber... Wir waren doch schon längst bei diesem Event. Du kannst auch gerne mit in meine Gilde. Wir haben viele YouTuber. Auch Hannibal. Den machen wir recht. Scheiß drauf. S-Leveln. Da muss man immer noch nicht in die Gilde rein. Denn man kann alles auch ohne Gilden machen. Außer Gildenmissionen. Da sagt... Das sagt der Name schon. Das stimmt allerdings. Ach, guck mal. Ist hier direkt wieder die nächste Entdeckung? Tatsächlich. Hilfe. Akrovisches Forgbeergo gefunden. Okay. Hilfe. Einige... Eigene Gilde machen und die dann Solo machen. Challenge accepted, maybe. Aber zusammen ist doch weniger langweilig. Das stimmt natürlich. Wollen muss ich hier, verdammte Axt. Ich hasse auch die Aufwege. Wenn du mit dem Dissert-Platot fertig bist, wollen wir dann... ins Königgenental... Oh ja, das klingt nice. Das klingt nach mir. Verdammte Axt. Ich komme hier nicht hoch. Ich kann das nicht. André, wo bist du denn? Oh mein Gott. Okay, ich laufe jetzt hier einmal rum. Dann hier entlang. Aber... Ah, coole Mütze. Dankeschön. Und hallo. Ach, da ist er ja schon. Schnell. Aber ab und zu will man alleine sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Alone every day. Aber du hast doch mich zu aussehen. Halt, ich habe meinen Partner verloren. Wo ist der? Wo ist der hingelaufen? Da hinten. Okay. Wartet. Wir können... Oh. Ihr konntet folgende Kreatur zählen. Yoga-Geißelschwanz-Verschlinger. Geißelschwanz-Verschlinger sind zum Glück recht häufig. Sie lauern den Gegner im Hinterhalt auf und immobilisieren sie mit einem Schauer aus Schwanzschlägen. Acht. Wofür steht die Acht? Aua. Oh, nee. Oh, jetzt hat der... Hat der Schatten-Träumer kaputt gemacht? So. Meine Eule bleibt meine Eule. Oh Mann, ich bin ja richtig falsch gelaufen, oder? Oh, 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 okay. Okay, lass... Ja, oh, okay. Okay. Oh, das war zu offensichtlich. Ähm. Schwanz versch... Was? Obacht. Obacht, Mister. Obacht. You got me is forever alone. Maybe. Maybe. Aber es stimmt, die meisten Emotionen werden dann schnell langweilig. Das ist richtig. Oh. Wie schön. Wo, Mister Röses? Auf wie geht's das? Erz. An diesem eigenartigen Metallstück ist ein Zettel. Mit irgendeinem scharten Klingelstoffe festigt. Waffenbrüder der Flammenlegion. Es wurde kürzlich ein neues Metall entdeckt, das euch gefallen wird. Es wird in flüssigen Zustand abgebaut, kann aber dann geformt werden und reagiert sehr gut auf Magie. Hm. Ach, wie schön hier. So, jetzt hab ich noch eine... Das heißt, wir müssen hier einmal runterlaufen. Alles klar. Dann laufen wir mal. Sieht man eigentlich das, wenn ich die Karte lese? Ich bin in jedem MMO alleine. Oh nein. Das stimmt natürlich, Isa. Hihihi. Ähm. Uns Frauen steht besser als Männer, was? Uns Frauen steht besser als Männer. Ist das dein erster Char? Ja, absolut. Ich bin auch absolut neu in diesem... Also, ja doch, ich bin immer noch neu in diesem Spiel. Ich spiele das jetzt zwar schon länger, aber heute spiele ich das relativ ziemlich krass intensiv und alle Menschen helfen mir auch freundlicherweise. Lesen. Ich skippe immer alles, nix lesen. Speedy ist voll der Bot. Und das stimmt, Speedy kann auch nur diese ganzen Emotes spammen. Die Schwarzbären sind irgendwie süß. Wips. Komm wohl wieder. Ich mag das hier nicht. Es ist so unheimlich. Ähm. Ja, lass mal an den... Wie heißen die jetzt richtig? Die heißen wirklich Schwanzverschlinge. Oh mein Gott. Dazu sagen wir mal jetzt gar nichts. So, ich bin wieder weg. Ich warte und freue mich schon auf das Abenteuer mit Lara Croft und dir. Ja. Ich hoffe, das klappt irgendwann mal. Aber das werden wir noch schaffen. Wir müssen nur gucken, dass das Spiel mal vergünstigt bei Steam ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und euch zum nächsten Mal, du Ruhm. Warte, wohin gehen wir hier gerade? Ich folge ihm einfach so blüht. Schönen Tag nach. Das Spiel macht Spaß, gerade abends, nachts, wenn das... World vs. World, glaube ich, ne? Ist, wenn man nicht die Vollversion hat, immer das... Ja, leider Gottes. Leider Gottes. Lauf gegen die Wand. Ich soll gegen die Wand laufen? Ernsthaft? Ernsthaft? Lauf gegen die Wand. Okay, ich glaube... Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig.